Hallo Oldtimer-Freunde, ich möchte euch heute hier mal ein paar Bilder zeigen von einem Simson K50. Das Barrier 1964 hat einen 50cc Motor, Zweitaktmotor mit 2,3 PS. Ein Zweiganggetriebe mit 50 km Höchstgeschwindigkeit. Der Verbrauch lag bei 2,5 Liter auf 100 km. Von diesem Modell wurden 164.500 Stück gefertigt. Wenn ihr es etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch heran. Leider konnte ich dieses schöne Teil nicht von allen Seiten richtig fotografieren, da es in einer Ausstellung verbaut war. Wenn nichts euch trotzdem gefallen sollte, würde ich mich über eine positive Bewertung von eurer Seite erfreuen. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Simson Motorräder und Mopeds und Schnittmodelle und Prototypen. Könnt ihr euch alles ansehen, auch Abos. Viel Spaß dabei. Könnt ihr euch alles ansehen, auch Abos. Viel Spaß dabei. Könnt ihr euch auch abos. Viel Spaß dabei. Könnt ihr euch auch abos. Viel Spaß dabei. Könnt ihr euch alles ansehen, auch verstehen.